Hallo, mein Name ist Valentin Vogt. Ich bin Singer-Songwriter aus der Umgebung von Ulm und ich mache Musik. Ich habe keine Ahnung, wie man das nennen soll, was das ist, aber ich mache Musik mit Gitarre und mit Mundharmonika und ab und zu auch mit Gästen. Und ich spiele heute Abend in der Kulturfachschule, freue mich voll drauf und habe keine Ahnung, was ich jetzt noch erzählen soll. Vielleicht nur, was ich vorhabe. Ich mache einfach weiter Musik und das entwickelt sich irgendwie irgendwohin. Mal sehen, wie es noch weitergeht. Ich habe jedenfalls nicht vor, irgendwie groß Werbung dafür zu machen. Jetzt habe ich keine Ahnung, was ich noch sagen soll.